So, meine Damen und Herren. Ich bin hier schon immer katscht, dann mache ich gleich weiter. Ich muss gleich mal gucken, ob ich genug Speicherplatz auf der Konsole habe. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Du siehst, du hast etwas zu sagen. Ich habe etwas zu fragen. Aber ich glaube nicht, dass ich eine direkte Antwort bekommen werde. Raccoon City. Du kennst, nach dem Fall, der Welt verändert. Ich versuche, zu einer Person zu schützen, aber ein hundert anderen sterben. Ich glaube, ich auch verändert. Du? Leon S. Kennedy. Du hast nicht verändert. Du denkst, du hast. Also, hier ist meine Frage. Du hast dich verändert, Ada? Oder du hast nur versucht, mich wieder zu nutzen? Was denkst du? Wir sind hier. Nicht zu viel, Handsome. Bis zum nächsten Mal. Die Geschichte meiner Leben. Die Geschichte meiner Leben. Look at all these busy bees. Better watch my step if I don't want to get stung. Hmm, spotlights. Let's avoid those. Ashley. There you are. Need to hurry. Sorry. Sharoadan says he put in place to pey. This is my turn. Noch mal runter. Okay, ein bisschen weiter hoch in der Schatz. Oh, I knew you'd choose that come back any time. Okay, ein bisschen weiter hoch in der Schatz. Damn it! Okay, ein bisschen weiter hoch in der Schatz. Okay, ein bisschen weiter hoch in der Schatz. So, noch überschieben. Okay. 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 Ja, ja, ja! Schönen ist ja keiner. Ich kann gar nicht, dass sie die billigsten Algon machen. Wenn ich, ich kriege noch eine Scharfschütz-Dimension, dann muss ich hier auch weg. Ich bin froh, ich bin froh. Das ist, wo sie sich anschauen, Ashley? Das ist, wo sie sich anschauen. Das wäre die Frona, die wieder 100.000 bringt. Auch wenn ich die Waffen jetzt gar nicht mehr brauche, habe ich sie trotzdem. Besser haben als nicht haben, da ist glaube ich nachher der Endfall. Besser. 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 damit kann ich eh nur durch die karte ab ja Was ist das? Ich habe da ja ein Biss übersehen. Äh, Pistoll-Munition? Ach da! Okay, das ist doch unerst. Okay, das ist doch ein Biss. Okay, das ist doch ein Biss. Ah! 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 Das war's. Das fühlt sich gut. Ein Mann wie du selbst sollte die Unterschiede sehen. Diese Art von Arbeit geht um Finesse, Stranger. Ein kleiner Weg geht ein langer Weg. Du wirst es sehen. Danke. Dazzelt, oder? Schade zu sagen, das ist der Ende der Straße für diesen Weapon. Das ist eine Top-Notch Weapon. Du wirklich nicht. Das ist alles, dann. Komm zurück. At any time. So. Speichern wir. Welcome. Ich hätte auch gegeben, mit dem Herrscher. Äh. Zehn habe ich noch. Das war ein Limb weg. Wir werden. So. Der Preis schafft. Wir werden alle. Wir sind uns begonnen. Wir haben uns bevorzugt... Wir stellen uns ge pequeno. Wir sitzen immer wieder. better to be overprepared anything else i don't get yourself killed now welcome schießpulver behalte ich erst mal weil wenn ich nämlich wieder das krieger und ich muss nachher irgendwas ist das natürlich einfacher denn eine kurze kräfte ich möchte nicht so gut und nicht so gut Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ich weiß nicht warum ich jetzt mal sage ich aber das ding nicht gemacht hat ich Wie bist du denn? Okay. Genau. Und allerdings. Ich muss nicht die da oben aushaben. Sonst geht hier nämlich nicht auf. Ach du bist eh der Zweier. Das erste Ich das ist nicht aufgegangen. Ich weiß nicht. 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 da geht es so und so und so Ja. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Beep, 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 alle 3 muss so damit ich den ein krieger so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Jetzt komme ich nämlich bei 3. Dann komme ich sonst da runter nicht. Aber er geht aber komischerweise auch da oben nicht runter. Das heißt 2 muss so lang laufen. Okay. Okay. Ich kann es nicht mehr verstellen. ... ... ... ... ... ... ... Andere Sachen kann ich schon gar nicht mehr machen. Weil eins darf ich gar nicht mehr verstellen. So, jetzt müsste ich eigentlich die Drive wieder verstellen. Digi, was brauchst du da so lange, Mann? Meine Fresse, das waren jetzt wie lange, 10 Minuten? Was fehlt jetzt eigentlich, wenn ich jetzt den Scheißschrung wieder anschalte? Kommt euch denn noch die Koalition wieder durch? Natürlich nicht, also klar, ich hab mich auch nicht, weil ich hab jetzt einen Herbst zu. Kann nämlich sein, dass ich jede Kombination durchgehen und die Scheiße funktioniert einfach nicht. Und auf Pussy-Modus, weißt du, machst du einfach so randommäßig vom Knopfdruck und die Scheiß-Tü ist offen, oder was? Du willst mich dafür doof verkaufen, oder was? Dann kannst du sehen, wie behindert das Game eigentlich programmiert ist. Ich hab ja auch noch die Nerven geschrieben. Ja. 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 Okay. 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 Ach, guck mal, der sieht es ja noch. Oder posiert er einfach die Scheiße? Was ist das? 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 Was ist das?